Ähm, mein Gott, dieses Let's Play, diese Let's Play Reihe, diese Upload Reihe von Sam auf Reisen, ist sehr, ähm, überdreht würde ich es nennen. Ja, ich rede sehr schnell. Es passiert ziemlich viel, aber meistens sind es nur Kommentare von Sam. Deshalb bin ich jetzt sogar froh, um ein paar Kämpfe, damit es mal wieder etwas ruhiger wird. Das ist ein Notfallimer. Sollte es irgendeinem Touristen schlecht werden, kann er hier reinwürfeln. Ah, endlich die Kiste. Ich habe 50 Gold gefunden. Moderig und verschimmelt. Da ist ein graues Pulver drin, ganz klar. Grau gefärbtes Curry. Ah, ja. Schon wieder. Wo gehen wir denn runter? Ach, wir sind jetzt gerade hier. Kommt, gehen wir hier runter. Ist doch egal. Hoffe ich zumindest, dass es egal ist. Eis. Normaler Angriff. Ins Gras beißt. Blatt auf euren Gegners ist bedeckend geboten. Und so weiter. Und sofort. Uuuuuh. Ganz klasse. Super. Super. Nein. Nee. Dö, dö, dö. Dö. Och ja, Stein. Halt mich auf. So. Oh. Nee. Zick, zack. Super Spannung. Ah, wo sind wir denn? Ich brauche etwas, was die Lücke füllt. Äh, noch ein Brett. Oh, sie kuscheln. Schaut mal, ist das nicht süß. Oh. Oh. Ey, das ist eine Kiste. Wie komme ich denn da ran? Ich will's wissen. Nonsens will's wissen. Hm. 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 Boah. Ich hasse die Viecher, die erschrecken mich so. Hahaha. Hahaha. Ah. Schatten will verkloppt werden. Na dann verkloppen wir doch mal die Schatten. Er wollte mich zum Zittern bringen, aber ich bin halt ein harter Kerl. Hahaha. Schon wieder. Was für ein Fail-Schatten. Wer weiß, von wem es der Schatten ist. Das war bestimmt ein, äh, kompletter Fail. Fail in Person. So, was machen wir damit? Aha. Sehr interessant. Sehr interessant. Hier gibt es irgendwie nichts weiter. Äh. Nein, ich bin gefangen. Ich kann hier in die Mauer. Ist ja awesome. Ich will an die Kiste. So, lasst mich doch heran. Ah, jetzt komme ich eh nicht mehr zurück. Toll. Wieder ein Secret nicht geholt. Ganz klasse. Ich hasse es. Du bist ganz schön regierig, was? Ja, bin ich. In der Tat. Definitiv. Er verkloppt werden. Ich hätte gerne etwas Plot. Ähm. Keine Kämpfe und keine Gegenstandsdialoge mehr, sondern Plot. Guten, alten, altbewährter Plot. Einfach ein bisschen. Was ist jetzt los? Ich war gelähmt. Das ist ja, finde ich nicht gut. Ich bin ja gleich tot. Das geht gar nicht. Das geht so nicht. Nee, 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 nee. Komm. Das machen wir nicht. So haben wir dich gewettet, mein Freund. Das ist die Erfahrung. So. Mensch, bin ich fatt. So, jetzt muss ich nur noch. Ah ja. Eine Haltenkel, eine Zweimannlattelkel, eine Fruchtbombe. Yay. Ja, ich dachte eigentlich, ich komme jetzt hier irgendwie runter. Aber anscheinend nicht. Es sah schon so nach dem Weg aus, aber ich dachte, ich werde wieder raus teleportiert. Aber, da habe ich wohl falsch gedacht. Auch ein Nonsens irrt sich mal. Und das nicht selten. Ich möchte hier wieder raus. Ich will die Kiste haben. Och, Mensch. Warum nicht? Warum liebt ihr mich nicht? Ja, ich glaube, es geht nicht anders. Wir müssen weiter. Ich werde die Kiste sehr vermissen. Ich will da hin. Gosh. Das ist böse. Das finde ich richtig... Äh. Ein Heilkristall. Das sieht nicht gut aus. Würde ich mal einfach so behaupten. Kommt das in den Bosskampf? Äh. Ey. Der König. Der König haben wir aber gezeigt. Äh. Genau. Dem Königen auch. Ach so. Ja, Klischee. Gut, dann sprechen wir halt auch klischeemäßig. Voll gut geklappt hat das. Das Königsburg auszurauben. Ja. Der Flucht war auch richtig gut gelaufen. Das Ritter haben den Burg echt voll langsam verlassen. Und es waren, haben voll nichts gemerkt. Die Feuer hat sich echt schnell verbreitet. Außerdem haben der Geiseln keinen Nux gemacht, hatte der zu viel Angst. Hey. Wenn ihr weiter mit falschen Artikeln weiterlabert, platzt mir der Kopf. Danke, Sam. Danke. Das ist ein sympathischer Protagonist. Dem Kerl da hat sich eingeschlichen. Schnappen wir der uns. Oh nein. Diebe. Ihr sollt mir doch was beibringen. Aua. No. Okay, erstmal setzen wir den Zweiten aus dem Gefecht. Das wollte ich eigentlich machen. Ich habe zweimal auf Eisschlag geklickt. Ja. Ich bin ein bisschen blöd. Oh, verfehlt. Oh nein. Oh, danke schön. Oh, das wäre jetzt fast mein Ende gewesen. Oh, ich sollte mehr auf meine HP achten. Eisschlag aufs Maul. Nochmal. Weil es so schön war. Oh, wieso trifft er nur einmal? Ja, danke schön. Sportvergä kiensbedeckende Boden...112 Erfahrungen...10 Gold... Awesome... DAS IST SPARTA Raaaaaaaaaaaaaaaaaah! Mein Hals, obwohl mein Gesichtsausdruck nicht dazu passt ... Ach, HALT! Ich spreche hier so. Obwohl mein Gesichtsausdruck nicht dazu passt ... Eins. Äh, ok ... Du ... Was ist? Du hast mich nicht getroffen. Echt? Moment, das haben wir gleich. Wozu hat er jetzt noch den Eimer gebraucht? Das war unnötig, Sam, du alter Styler. Alter Angeber. Kann es sein, dass alle Holzhaufen... Doch nicht. Saure Milch. Saure Zitronen. Saure Gurken. Wusste ich doch. Alter Schmuck. In der Kiste scheinen Bilderrahmen oder so zu sein. Die Vase ist leer. Scheint aber wertvoll zu sein. Gesucht. Die grün tragende Liebesbande. Belohnung 1000 Gold. Na toll. Jetzt habe ich sie doch schon abgemetzelt. Äh, ich gehe mich lieber nochmal heilen. Die Liebe werden mir bestimmt nicht freundlich gesinnt sein. So. Ihr merkt schon, irgendwie habe ich keine Lust, hier die Aufnahme zu beenden. Ich habe Lust kurz zu cutten, weil, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber, jetzt bin ich ja wieder da. Ich habe gerade richtig Lust, Sam of Reisen zu spielen. Auch wenn mir etwas die Kommentare ausgehen. Das liegt aber, wie gesagt, an Sam. Nicht an mir. Ich bin die Schuld. Billigfässer aus dem Osten. Billigfässer aus dem Osten. Äh, 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 äh. Ich kann kein anderer tun. Ich habe gesucht. Meine, nee. So ein Haufen Holz ist sehr dekorativ. Gesucht. Aber, nicht an mir. Jetzt bin ich die Kisten. Jetzt bin ich die Kisten. Ach, wieder Kisten. Die Kiste erinnert mich an was. Ach ja, nichts. Ein Kistenkommentar. Super. Ach, nö. Was wollt ihr denn eigentlich alle von mir? Lasst mich in Ruhe. Ich kann mich vor Euphoricum halten. Zugestaubt, 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 nicht voreilig schieben. So, awesome. Oh, yeah. Oh, da unten steht jemand. Hm, wenn ich hochschaue, sehe ich was ziemlich Böses. Ich verstehe, Sam. Du bist mir sympathisch, mein Freund. Sehr sympathisch. Hallo, Dieb. Sam, du bist ja so ausgefuchst. Wie komme ich nochmal auf diese genitalen Einfälle? Splash. Splat meine ich natürlich, nicht Splash. Ist wurscht. Spläh. Einfach. Nimm einfach Spläh. Weg. Ähm, ja. Wenn ich mir das jetzt hier so ansehe, wenn ich da hinschiebe, werde ich da nicht mehr hinkommen. Verfickt nochmal. Ich bin so toll. Ähm. Ein kurzer Ergebnis aus der Architektur oder so. Blablabla. Wenn ich das da hinschiebe. Dann... Ach ja. Gut, gut. Nimm's gut. Damn! Noch cooler geht's nicht! Nimm's gut. Ich kam, sah und verschob Kisten und öffnete die Truhe. 40 Gold in der Hineitränkung, 3 Mana-Tränke erbeutet. An Ethems fehlt es uns definitiv nicht. Wie komme ich da wieder hoch? Achso, ja, sehr schwierig. Ich nehme mir einen bronzenen Schüssel heraus. Mit wem rede ich eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Ich sehe was. Meine Adelaugen erspäten etwas. Dort unten geht es doch weiter. Ah, ich verstehe. Ich verstehe dies. Ich habe was Dumpfes gehört. Ich hoffe, es war nicht mein Kopf. Ach, da scheint es. Das ist ein Vasen mit undefinierbarem Inhalt. Da oben sieht es aus, ob es weiter geht. Denn da hängt ein Banner mit einem Dolch, was zweifelsfrei vor einem Liebesband stehen könnte.